Servus, Salve und Hallo, hier kommt die Nasdaq. Und in der Nasdaq kommen in den nächsten Tagen ganz wilde Zahlen. Und zwar, Netflix war schon, Microsoft ist heute am, was haben wir denn noch überhaupt, Dienstag. Morgen ist Tesla am 1.2. Facebook Meta-Plattforms und am 2.2. kommt es heftig, Apple, Amazon und Alphabet. Im Anschluss an die Nasdaq-Analyse gehe ich ganz kurz auf diese paar Werte ein. Das ist nur zur Info. So, der letzte Film für Nasdaq war dieser Halbjahresausblick, und da habe ich gesagt, arbeitet weiter an einem Boden. Den Boden hat es jetzt hier, ich möchte nicht sagen perfektioniert, aber der hat es richtig schön hingelegt. 10.448 ist die Marke, auf die es in den nächsten Wochen und Monaten zu achten gilt. Wenn wir da drunter gehen, würde es schwierig werden. Aber mittlerweile hat es wirklich der Nasdaq schön geschafft, hier hochzudrehen. Aber kommt jetzt an einen Bereich, den ich als Mega-Cluster erachte. Und ich glaube nicht, das ist die erste Aussage, dass wir da nach diesem Anlauf hier so ohne weiteres drüber gehen. Auch nicht, wenn da Zahlen kommen von den großen Werten, egal wie gut sie sind. Das glaube ich nicht. Wir haben hier, Moment, muss ich das machen? Den Downtrend vom All-Time-High. Wo ist denn mein Ding ist hier? Den Downtrend vom All-Time-High. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Also der ist sehr stabil, im Sinne von auf jeden Fall beachtenswert. Das ist das Erste. Da waren wir gestern schon mal dran, bei der 11.917. Wobei, je nachdem wie spitz euer Bleistift ist, ist der vielleicht ein paar Punkte drüber oder drunter. Direkt dahinter haben wir die 200-Tage-Linie bei 11.978. Die Amis, das ist meine Erfahrung, die schauen nicht so auf eine 200-Tage-Linie. Irgendwie ist das ein deutsches Ding. Ja, die Amis gucken da nicht so drauf. Die nehmen das zur Kenntnis. Aber ich glaube nicht, dass sie deswegen handeln. Aber es ist halt interessant. Das ist halt auch Cluster. Dann haben wir natürlich hier einen Schadpunkt. Um die 12.000. Einmal, zweimal, ein bisschen drüber. Dreimal, ein bisschen drüber. Und völlig verloren. Das heißt, dieser ganze schraffierte Bereich hier, der fängt an von 11.911, dann geht hoch bis 12.166. Ist ein fetter Widerstand. Also da glaube ich nicht, dass wir so ohne weiteres drüber gehen. Aber ich sehe auch, wir haben hier einen Boden. Ich erwarte also grundsätzlich in den nächsten Tagen eher seitwärts, leicht negativ. Wir sind noch positiv über den Trendfolger. Wir sind auf hohem Niveau, ohne echtes Verkaufssignal im Oszillator. Ich sehe nicht, dass wir das jetzt hier schaffen. Nach dem Anstieg von 11.700, also da drüber zu gehen, rein zu gehen, halte ich durchaus für möglich. Ich habe also überhaupt kein Problem zu glauben, dass wir mal eine 12.100, 12.200 sehen. Aber ich glaube nicht weiter. Das 38er ist bei 12.761. Das sehe ich nicht. Wenn wir das, also Idealfall wäre, wir gehen nochmal runter auf die 20-Tage-Linie. Die ist jetzt leicht steigend im Moment bei 11.191. Mal gucken, wo war die gestern? Die steigt momentan, oh, das ist schnell. Das ist wirklich schnell. Die steigt momentan mit einer Geschwindigkeit von 40 Punkten pro Tag im Moment. Und ich glaube, wir gehen erst nochmal hier runter. Ich habe da ein paar Scheine, die sind teilweise ziemlich heiß. Na, komm her. Und zwar, den ersten Call, den lege ich hier 11.152. Das ist unter der 20-Tage-Linie, jetzt schon. Und da wird dann deutlicher drunter liegen, hat im Moment einen Hebel von 16. Das heißt nicht, dass man, den könnte man kaufen, wenn wir hier drüber gehen. Das sehe ich aber nach wie vor nicht. Aber, ich gehe davon aus, dass wir runtergehen, dann wäre das ein Schein, der hat einen richtig ordentlichen Hebel, den man dann hier so unter der 20-Tage-Linie und unter diesem Punkt hier, warte mal, das ist bei der 11.251 nehmen könnte. Das ist die GZ6V41. Dann habe ich einen, der ist ein bisschen weiter weg. Ich nenne es immer gern gemütlicher, die KH1HS4. Bei 10.840, da sind wir hier in diesem Bereich. 10.840, diese beiden, wie gesagt, ich lege mir die auf die Watchlist. Ich erwarte eher so ein leichtes Abgleiten, seitwärts bis leichtes Abgleiten. Aber nochmal, dieser Punkt ist für mich nicht hier irgendwo, nicht da, sondern hier drüber. Schlusskurs. Das wäre natürlich eine Initialzündung, um nochmal auf die 12.772 zu gehen. Ich habe einen ziemlich heißen Put mit 12.267. 12.267, da sind wir hier. Hinter diesem Zwischenhoch, der hat jetzt schon einen Hebel von 28, das ist die GZ024X. Und ich habe einen, der ist ein bisschen weiter weg, hinter dem 38er Tracement, 12.808, das ist die KG6MYV. Im Moment ein 12er Hebel, der kann sich erhöhen. Also, da ich in den Urlaub gehe, gehe ich jetzt nicht chartier. Ich will keine Position aufbauen, die mich dann irgendwie am letzten Arbeitstag hier zwingt, das ist Freitag, noch hier irgendwie irgendetwas schließen zu müssen. Und ich habe keinen Bock vom Urlaub aus, da reinzuschauen. Aber, wenn wir das hier akzeptieren als Widerstand oder als Widerstandszone, dann ist der erstgenannte Put, dieser hier nochmal, die GZ024X, 12.267, ist ein echt heißes Teil. Das wäre dann mal, da darf man nicht mit vollem Size rein, das ist was zum, ich mag das, zum Spielen. Ich habe das in dem Jahr schon zwei, drei Mal in anderen Werten auch, also das kann manchmal richtig Spaß machen, aber bitte nicht mit vollem normalen Size rein. So, also wie gesagt, ich sehe das hier als Widerstand. Ich glaube, dass wir erst nochmal ein bisschen Atem holen müssen, aber auf Sicht von, sagen wir mal, drei, vier Monaten, Rezession, Inflation, Zinsen, sonst was, alles hin und her, glaube ich, das hier ist eigentlich das nächste Ziel. Ich sehe, mal gucken, nochmal auf den Monat gehen, der sieht nämlich, der sieht, ein bisschen schöner machen, der ist nach wie vor ziemlich cool. Ja, also hier auf tiefstem Niveau kommen da Signale rein. Ja, wir haben die Bodenbildung meines Erachtens nach abgeschlossen. Positiv MACD, positiv Sochastik, also der darf nochmal Atem holen, aber mehr eigentlich nicht und sollte weiter nach oben gehen. Jetzt mal ganz kurz zu den angesprochenen Aktien. Fangen wir mal an. Die Alphabet. Hat ja bekannt gegeben, dass sie 12.000 Leute rausschmeißen. Das ist viel, das ist etwas mehr als 10% der Belegschaft. Das ist eine Menge. Ist daraufhin ordentlich gestiegen. Kommt jetzt genau wie der Nasdaq hier in so einen Widerstandsbereich rein. Der geht bis 100, ist das der Dollar? Ja, genau. Bis 102,5 geht dieser Widerstandsbereich. Das halte ich für möglich. Und dann kommt von oben auch mal wieder die 200-Tage-Linie. Ja, aber dieser ganze Bereich hier, das hier zum Beispiel ist die 104, ist auch ein Widerstand. Glaube ich nicht, dass sie das nehmen. Hat sich auch erstmal eine Pause verdient, die durchaus im Bereich 91 gehen kann. Dann die Alphabet bringen die Zahlen. Ich sage es nochmal am 2.2. Was haben wir denn ansonsten noch, Alphabet? Amazing Amazon. Ähnlich. Auch hier ein schöner Widerstandsbereich. Der geht bis hoch 102. Amazon bringt Zahlen auch am 2.2. Das wird, ja. Ne, die haben einfach hier von 81, die sind 20 Dollar gestiegen. Was willst du denn da mehr? Finde ich super. Ja, aber jetzt hier auch eine Pause, die verdient ist. Dann haben wir Apfel. Apfel kommt auch am 2.2. Ist ja schon erstaunlich, dass die überhaupt mal fallen. Das muss man mal dazu sagen, ja. Aber auch hier hoch von 123 auf 143. Auch 20 Dollar. Das ist viel Zeug. Da ist jetzt hier nicht so. Da war eigentlich hier der Widerstand im Bereich 140. Das war die Abrisskante. Haben sie ein bisschen durchschlagen. Ist technisch, das fast spiegelbindlich zum Nasdaq hoch. In allen Bereichen. Noch kein Verkaufssignal. Aber ich denke mal, auch hier kommt eine Erschöpfung rein. Dann haben wir, was machen wir noch hier? Facebook, hier Meta, hat ja auch bekannt gegeben, viele Leute zu entlassen. Bei Meta ist auffallend, dass wir dieses Gap hier vom 26.10. haben wir per Freitag geschlossen. Das war bei 128, das ist die Euroindikation, Entschuldigung, Nostak, 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 da ist die Nostak. So, da sind wir also auf Dollarbasis sogar schon drüber. Ja, Chart ist, also hier gibt es keine großartigen Gaps, das finde ich jetzt nicht besonders viel, was wir hier haben. Und das ist der Widerstandsbereich, ist die 130, der nächste ist diese Abrisskante bei 154 Dollar. Und genau da liegt auch die 200-Tage-Linie. Also die dürfen auch nochmal ein bisschen gehen, die sind schön langsam gestiegen, das war also bis auf diese Geschichte hier. Die sind recht langsam gestiegen, fand ich eigentlich ganz gut, die sahen immer ziemlich stabil aus. Was haben wir denn noch? Metaverse, Metaverse, Microsoft. Microsoft. Die haben eigentlich alle das gemacht, was ich am Anfang des Jahresfilms gesagt habe. Die sind alle, schön Boden, hier, da, Hammer. Microsoft ist ein bisschen langsamer als alle anderen. Hier sehe ich jetzt keinen echten Widerstand außer dem Band bei 247. Und der 200-Tage-Linie bei 255. Und da ist auch gleichzeitig noch ein Gap hier. Das ist vom 14.12. Ist nicht ganz technisch so hoch wie die Freunde vorher. Aber das sieht echt ganz, sieht okay aus. Auch hier relativ nah an der 20-Tage-Linie sogar. Also viel dürften die nicht fallen. Ich denke, die sind recht stabil all in. Metaverse, Microsoft, Nordex, NVIDIA. In NVIDIA gucke ich nicht so drauf. Aber komm, da schauen wir mal drauf. NVIDIA. Hat der Kollege Zusten eine schöne Analyse geschrieben. Hier, dieser Bereich, der geht hier, von oben kommt er an 204 bis runter bis zur 193. Ist auch ein Widerstandsbereich. Hat seine Schuldigkeit oder ihre Schuldigkeit getan. Müsste eigentlich auch ein wenig atmen, um nochmal Anlauf zu nehmen und da einfach drüber zu gehen. Also ich finde es nach wie vor. Ich finde die sehr gut, alle die Werte. Gefällt mir. Tesla. Lala. Die bringen Morgenzahlen. 25.1. Tesla. Ich hätte das nie gedacht. Aber ich habe das sogar im Chat mal hier und da erwähnt. Ich habe die also auch. Auch mal gekauft. Ich denke, die haben jetzt mal Mask hin oder her einfach mal auf dem Boden gesehen. Ich rechne tendenziell mit einem Erreichen dieser Abrisskante hier bei 166 Dollar. Das also auch, egal wie jetzt die Zahlen kommen. Vielleicht kommen die Zahlen schlecht, dann gehen sie nochmal ein bisschen runter. Wie die eben genannten Werte auch. Aber auf Sicht von zwei Monaten halte ich das für möglich. Da das so offensichtlich ist, werden sie die 165 entweder fett überspringen. Das glaube ich aber nicht. Oder kurz vorher so ein bisschen abnippeln. Da wären wir so im Bereich 160. Also ich finde sie okay auf diesem Niveau. Ist nach wie vor nicht meine Lieblingsaktie. Aber ich habe auch welche. Und ja. Die hatten noch ein bisschen Platz. Gestern waren es bloß 8%. Das kennt man gar nicht bei Tesla. Bei Tesla, dass die dann mal 8% im Plus machen. Also ich finde es grundsätzlich so, dass ich glaube, der gesamte Nasdaq und die eben genannten Werte sollten oder haben sich eine Pause verdient. Dürfen ein bisschen runterkommen. Aber auf Sicht von zwei Monaten finde ich die gut. Den Spread zwischen DAX und Nasdaq, die Position habe ich immer noch. Und die hat mir teilweise noch mehr graue Haare gekostet. Diesen Spread bin ich eingegangen bei 2920. Also so habe ich ihn hoch gemischt. Und der war tatsächlich hoch bis 3800 Punkte. Jetzt sind wir bei gestern Abend 3.250 Punkte. Ich gehe davon aus, dass ich das auf Sicht von zwei Monaten weiter reduzieren werde. Das ist die einzige Position, die ich in den Urlaub mitnehmen will oder werde. Weil ich glaube, der DAX, ich möchte nicht sagen, liegt schwächer. Aber ich glaube auch, der hat seine Schuldigkeit getan. Und nach einer kleinen Pause sollte die Nasdaq weiter steigen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.